Ein Brief ist so viel mehr als eine Botschaft in einem Umschlag. Er ist die wichtigste Form der Kommunikation und ein ganz besonderes Stück Aufmerksamkeit. Eine handgeschriebene Zeile ist der schönste Weg, Gefühle in die Welt zu senden. Doch nicht jeder Brief muss aus Worten bestehen. Anfangs noch mit Unterstützung bleibt er ein vertrauter Begleiter ein Leben lang. In jedem Brief steckt eine Wertschätzung und der individuelle Charakter des Absenders. Es gibt unendlich viele Gründe, einen Brief zu schreiben. Und du hast sicherlich auch einen. Darum heute noch Briefe. Darum ist das, wie ich robbed, was er will, aber nicht jederzeit ist genau wie mir gedacht. Oft schon mal Briefe. Untertitelung des ZDF, 2020